Ich möchte mich gleich vorher von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende. Sie sehen uns wieder am Montag um 12.20 Uhr zur Umschauzeit. Manuela. Kleines Abenteuer war, Hand aufs Herz und schau mich dabei an, ob ich allen deinen Worten glauben kann. Noch gestern wusste ich nichts von dir, dann sah ich dich und plötzlich war ich dem Glück so nah. Und ich sagte ja, es war wunderschön mit dir, nie vergesse ich diese Nacht, doch ich frag mich, was hab ich bald gemacht? Hand aufs Herz und sag mir kling und klar, ob ich mehr für dich als nur ein kleines Abenteuer war. Hand aufs Herz und schau mich dabei an, ob ich allen deinen Worten glauben kann. Ich bin nicht gerne wieder allein und werde das Glück auf einmal vergessen und vorbei. Schade und zwar, darum sagen wir es ist. Ich kann Ihnen wieder nur... Ich kann Ihnen wieder nur... ... ...